Hallo und herzlich willkommen zurück bei Warlords of Draenor und ich habe keine Ahnung was jetzt passiert ist, aber guckt mal da, guckt mal da, alle da, sogar unser Fragezeichen ist da und ich habe da was Neues entdeckt, nämlich das hier, Garnisonsbericht. Ich kann nicht klicken, um den Garnisonsbericht anzulegen, anzuzeigen. Aha, okay, Anhänger, wer bist du denn? Du kannst spalten. Mutter, der Mann mit dem Stahl ist da. Okay, im Gange 0, keine aktiven Missionen, okay. Na gut, dann versuchen wir mal abzugeben. Gut, ich glaube wir haben jetzt alles unter Kontrolle und das fast ganz ohne Explosionen. Ja, ich hoffe, ich hoffe es ist hier jetzt alles so ein bisschen wenigstens unter Kontrolle, dass ich mal ein bisschen spielen kann, ey. Was wir haben, jede Festung braucht drei Dinge. Erstens, Peons. Findet Skagit und tragt ihm auf, unsere Peons wieder an die Arbeit zu schicken. Zweitens, Baumaterialien. Die Peons haben für euch ein Lager aufgestellt, wo in eurer Abwesenheit gewonnene Ressourcen aufbewahrt werden. Ihr solltet es euch ansehen. Und drittens, rohe Muskelkraft. Garnisonsgebäude zu errichten, kann etwas dauern. Für euer erstes Gebäude könnten wir aber Skagit kürzlich beförderten Chefpeon Nummer 2 anheuern, um den Bau zu beschleunigen. Findet ihn und sagt ihm, dass ich euch geschickt habe. Okay, was kriegen wir denn da? Ressourcen. Aha, okay. Oh, was wir brauchen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr auf dem Weg aus Tarnan ein Schiff gekaupert habt und damit auf Grund gelaufen seid. Wie mein Vater immer sagte, das Wrack des einen ist des anderen Goblins Werkstatt. Geht runter zur Küste westlich der Garnison und seht nach, ob ihr ein paar wiederverwertbare Materialien finden könnt. Und, äh, oh, passt besser auf. Es sollen Ogerplünder in der Gegend unterwegs sein. Sammelt zehn Kisten. Ah, ja. Jetzt überlege ich tatsächlich gerade, ob es Sinn macht, hier überhaupt schon mal den Ruhestein zu setzen. Den guten Stoffmann. Den Gastwirtin. Moment. Ruhestein. Ja, Spitze des Lichts. Ach, hier. Jetzt haben wir einen extra Ruhestein. Ah, 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 ah. Ein extra Ruhestein für Le Garnison. Ah, das ist natürlich okay. Das, äh, ändert natürlich, äh, alles. Äh, so, was soll ich jetzt alles machen? Keine Ahnung. Äh, irgendwas soll ich hier tun. Skag, Skaget. Aber hier ist doch noch irgendwo, doch hier noch eine Quest angezeigt. Jawohl, hier bei ihm. Wie geht's denn so, Mann? Es gibt noch Ogrons. Kommandant, unsere Verbündeten vom Frostwolf-Clan berichten, dass die Ogre der Speerspießer westlich von hier einen Außenposten unter dem Befehl eines Ogron haben. Ich habe schon Geschichten von diesem Ogron gehört, aber noch keinen gesehen. Das sind brutale Kreaturen aus einer Zeit, die besser vergessen geblieben wäre. Die meisten wurden während der Gründung der ursprünglichen Horde getötet. Was ihnen an Weisheit mangelt, machen sie durch Gewalt, Schiere, Kraft und Gier wett. Ich rate euch, diese Kreaturen so schnell wie möglich zu beseitigen. Tötet Krog. Oh Gott. Bin mir nicht sicher, ob das die richtige Wahl war mit der Magierin. Äh, so, jetzt muss ich doch hier irgendwas Wildes machen. Ähm, die Frage was? Da ist ein Punkt. Skaget. Skaget? Ist der hier draußen? Oder was? Ach, hier. Da ist er. Okay. So, schickt die Peons wieder an die Arbeit. Ja, nun schickt die Peons an die Arbeit. Gutes Kind. Gutes Kind. So, warte mal da hinten. Da ist doch noch was. Das ist sehr schön gemacht auf der Karte, finde ich. Dass man das gleich so angezeigt kriegt. Ich meine, es war ja sowieso schon viel leichter geworden alles, aber das ist natürlich jetzt noch schöner. So, das Chefspiel Nummer 2. Gertzlo braucht euch. Alles klar. Alles klar. Wunderbar. Baut ihr mal schön da meine Festung auf. So, was sollen wir jetzt alles tun? Untersucht euer Garnisonslager. Mein Garnisonslager. Garnisonslager. Aha. Das ist Garnisonslager. Ach so, und das ist dann außerhalb. Aha. Untersucht euer Garnisonslager. Versuchen wir das doch erstmal. Äh, wo untersuchen wir das denn jetzt? Ach du lieber Gott. Jetzt geht aber hier die Sucherei los. Wo kann ich denn hier... Ach hier. Hier ist doch was. Guck mal hier. Garnisonslager. Ah. Okay. 55, 56 Ressourcen. Schaut später nochmal vorbei. Wenn ihr mehr Ressourcen braucht, die Peons werden weiter neue Ressourcen, was auch immer, sammeln. Nehme ich an. Okay, dann können wir das hier doch schon irgendwie wieder abgeben. Jawohl. Jo, so muss das aussehen. Holz, Steine, Peons, noch mehr Peons. Ist ja fast, als würden wir euch eine Festung bauen oder so. Aber nur fast, mein Freund. Okay. Können wir das mal wunderbar beenden. So, jetzt müssen wir diesen Krog töten und Schiffvorräte besorgen. Dazu muss ich ja schätzungsweise hier raus. Oh Mann. Schätzungsweise muss ich hier raus. Was bist denn du? Ach, ein Übungsziel. Das ist ja cool. Ich hab ein Übungsziel in meiner Garnison. Und wo geht der Flugmeister alle hin? Ach so. Der geht genauso überall hin wie der normale auch. Du musst aber jetzt nicht vom Pony absteigen, Mädchen. Ist mal ernsthaft. Du kannst da ruhig draufbleiben. So, muss ich denn jetzt hier hin? Wann ist denn die Karte so, dass ich raus bin aus der Garnison? Kann ich hier überhaupt runter? Nö, kann ich nicht. Ähm, okay. Jetzt muss ich mich hier erstmal ein bisschen orientieren und so. Wie kommen wir denn jetzt hier aus dem Gebiet von der Garnison raus? Ich reihe jetzt einfach mal hier rüber. Ah, au, au, au. Das wird wehtun, ja. Jetzt sind wir wieder... Jawohl. Aha. Jetzt sind wir wieder hier. Das ist ja cool. Äh, wer seid ihr denn? Aua. Was hat mich denn da jetzt gepufft schon wieder? Mann, ey. Ich werd hier immer gepufft, ey. Äh. Alter. Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ich soll doch nur da runter. Lass nämlich mal durch. Jetzt bin ich wieder im Außenposten. Aha. Oh Mann. Das ist ja... Ui, ui, ui. So, brennender Gletscher. Okay, wer bist denn du? Beobachter. Richtung stimmt. Ah, hier ist was. Alles klar. Ja, dann, äh, versuchen wir mal unser Glück hier. Ein bisschen, ne, Arkanschlag. Oh Mann. Ja. Oh, guck mal da. Ist er schon um? Tut das Wildschwein mir was? Ich werd's lieber nicht ausprobieren. Ich hau's erst um. Ich hau es erst um. Okay. Der ist schon... Au. Der ist schon down. Ach ja, das ist ja schön. Die haben auch Kisten. Ja, dann sammeln wir doch das hier mal ein. Zwei von zehn. So. Das kleine Schwein kommt jetzt auch mit. Plump. Oh, der hatte sogar zwei Kisten. Das ist ja super. Das ist ja flott. So, was ist da? Ne, da will ich aber nicht hin. Da hab ich aber Schiss. So, jetzt holen wir uns erst mal den da. Na, komm du Schwein. Komm ruhig mit Herrchen mit. Au. Ah, ah, hier. Da. Au, 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 au. So. Du auch noch. Und um ist es. So, dann haben wir acht. Hätte aber auch mal eins mehr droppen können jetzt, ne? So, Nummer neun. Ich brauch noch eins. Nimm mal doch das da. Da steht doch noch ne Kiste. Oder schon wieder. Perfekt. So, wo haben wir jetzt diesen komischen Krog? Oh, oh. Irgendwo da. Irgendwo da. Leise. Bist du Krog? Nein, bist du nicht. Ist ja doof. Äh. Der wird doch da nicht in der Butze sein. Bist du? Lasten-Ehebar. Ja, nee, ist klar. Ach Gott, nee, jetzt bitte. Äh, der ist da in der Butze. Äh, weiß ich doch jetzt schon. Können wir uns mal hier vorblinzeln. Blinzeln ist ja echt cool. Magier ist so ne kleine Verpisser-Klasse. Die blinzeln sich hier einfach irgendwo durch. Okay, ich nehm dich zuerst. Ist ja gut, ist ja gut. Du kommst mir am nächsten. Dann musst du jetzt mal dran glauben, hoffe ich jedenfalls. Und dann soll ich den doofen Krog. Nein, 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 nein. Der Zauber ist sowas von bereit. Das glaubst du gar nicht, wie bereit der ist. Also jetzt mal ehrlich. Ja, sag ich ja. Ah, hier. Bämst, bämst, bämst. Uiuiuiui. Prächtiges Fell gibt's hier. Aha. Ah, ja. Okay. Aber die gute hier hat, glaube ich, ähm, Alchemie und Kräuterkunde. Sollte jedenfalls so sein. Da wollte ich auch noch gucken. Lass mich doch mal gucken. Ja, Kräuterkunde, Alchemie, alles noch da. Kochen ist noch nicht so weit. Ja, erste Hilfe. Äh, Kräuterkunde und Alchemie. Hab ich auf 600 bekommen, weil sie ja diesen, äh, Charakterboost bekommen hat. Und da gab's das dann, war das, äh, inklusive. Bin ich denn jetzt hier richtig? Ich bin hier irgendwie dran vorbei. Warum? Ist der Typ nicht hier? Hm, das ist natürlich, äh, schwierig. Wer ist das da? Händler der Speerspieße. Ist denn da, kann man da irgendwie da hinten hoch? Da geht auf jeden Fall eine Treppe hoch. Also ich würde ja jetzt drauf wetten, dass der hier ist. Aber, man weiß es nicht. Ich werde jetzt hier reingehen. Und gucken. Wenn er da nicht ist, dann, äh, ja. Hab ich an Erfahrung auf jeden Fall dazu gewonnen. So, komm her, du. So, hui. Der war aber mal schnell um. Hier, Gu, Händler der Speerspieße. Warum stehst du denn hier? Möchtest du uns mal, äh, ah. Ihr tötet Freunde von Gu. Mit wem soll Gu jetzt Handel treiben? Ja, mit mir. Könnte ich euch überreden, meine Garnison aufzusehen? Ach, das ist ja cool. Okay. Sicher, dass ihr Gu ein paar Münzen geben wollt? Ja, mach ich mal. Okay. Seltsame Gesichtsmünzen. Glänzt sehr. Vielleicht komm ich mal, äh, vorbei. Okay. Okay. Ja, cool. Ich hab jetzt irgendwas gemacht. Irgendwie hab ich mir jetzt einen Händler besorgt. Für die Garnison. Nehme ich zumindest an. So. Jetzt gehen wir hier rein. Ja, 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 ja. Wart halt ab, bis du dran bist. Mein Gott, echt. Was ist hier? Mach. Akane Geschosse. Mann, 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 Mann. Oh, aua. Alter. Geh um. So. Jetzt hier wenigstens mal gucken. Der hier wirklich vielleicht doch, hoffe ich, hier oben ist. Uah. Das ist aber eine heikle Angelegenheit hier. Hättet ja wenigstens mal ein paar Stufen in die Bretter reinschlagen können. So. Ist hier einer? Was ist denn das? Cool. Okay, hier ist kein, äh, Groh, oder wie der heißt. Aber. Äh. Cool. Da steht irgendeine Truhe. Das ist ja geil. Die nehmen wir natürlich mit. So. Plum, 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 und um. Ha. Alles klar. Du da hinten aber jetzt auch noch, ne? Na? Komm, mach. Mach mal oben. Ach, also ehrlich jetzt hier. Mann. Was ist das? Was ist denn das? Was ist denn das? Oh Gott, hier gibt es tausend neue Sachen. Erste Hilfe auf Drenor benutzen. Bildet euch zum Drenormeister der ersten Hilfe aus und lehrt euch einige Rezepte. Boah. Boah. Jetzt gucken wir aber erstmal in die Kiste. Ach, cool. Ressourcen waren da drin. Ist ja witzig. Okay. Na gut. Aber, äh, Groh, den müssen wir ja noch finden. Den müssen wir ja noch finden. So, wartet mal. Ich hab doch hier langsamer Fall. Jawohl. Dann können wir jetzt mal hier abwärts. Müssen wir ja jetzt nicht die Treppe laufen. So, wo ging's denn hier raus? Ach, hier. Toll, wo ist denn der Typ? Irgendwo da. Wird er nicht in irgendeiner Höhle sitzen, ey. Bitte mach mich nicht schwach. Ich will jetzt keine Höhle. Hm. Blasteneber. Hässlicher Speerspießer. Aha. Ah, ja. Hm, ich glaube, ihr Lieben. Äh. Äh. Geh mal hier hoch. Aua. Irgendwas pufft mich hier immer. Ich werd hier immer gepufft. Also, ich glaube, wir müssen da wahrscheinlich. Ja. Wir müssen da unten rein. Okay. Ihr Süßen. Das machen wir hoffentlich beim nächsten Mal. Und bis dahin. Eure Trin. Und bis dahin. Ich bin hier. Und bis dahin. Vielen Dank.